So, was ist hier los? Das sieht ja schon ein bisschen verwüstet aus, oder? Wow. Oh. Da oben. Ja, ein Energiecontainer. Ein Energietang. Das heißt, unsere Kapazität wird erhöht. Seht ihr dort oben... Links da oben. 99. Wir haben jetzt 299er Tanks. Das heißt, ja, das ist doch schön beachtlich. Ihhh... Ja, so ein übelst ekliges X-Parasit. Boah, das greift uns an. Okay, die müssen wir ausweichen. Bam, 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 bam. Oh, du Scheiße. Boah. Bam, bam, bam. Oh Gott. Jetzt ziehst du es auch noch mit Flammen. Quatsch. Kratz ab. Komm schon, kratz ab. Bam, bam. Ja, das war's. Jetzt bloß noch diesen ekligen... ...X-Parasit hier. Oh, Scheiße. Wir haben keine Missiles mehr. Oh, verdammt. Boah, wir haben nur noch ein Missile. Boah, komm schon. Und bam. Da oben. Ein Missile. Äh, Quatsch. Ein X-Parasit. Verwandelt uns. Wir können endlich den Morph-Ball einsetzen. Zweimal nach unten. Werde Morph-Vorgang. Ja, geil. Wir können jetzt diesen geilen Ball hier. Wir sind jetzt ein geiler Ball. Yay. Yay. So, gut. Wow. Wo geht's jetzt an? So, okay. Hier geht's bloß. Geil. Freigesprengt. Ja, wie ihr seht, man muss hier schon ein bisschen von dem Morph-Ball Einsatz machen. Einsatz, äh, Dings da machen. Ihr wisst schon. Na komm schon, regenerier dich. Und stirb wieder. Danke. So, ähm. Ich sehe gerade, hier oben waren wir noch nicht. Pam, pam, pam. Okay. Und was ist jetzt hier drin? Ein Regenerationsraum. Zwar sinnlos, aber egal. Ich würde sagen, wir gehen am besten zum Navigationsterminal. Der wird uns sagen, was wir jetzt machen sollen. Mä, bä, bä. Ich hatte es befürchtet, Samus. Die X-Parasiten sind in die Brutstätten eingefallen. Scheiße. Die Biosensoren zeigen Abnormitäten im Sektor 1 an. Sektor 1 ist eine Simulation des Ökosystems von SR388. Sie erreichen ihn, indem sie zuerst die Zugangsebene über den Hauptaufzug aufsuchen und dann Aufzug 1 benutzen. Sie sind die Anweisung klar. Und nutzen sie das Navigationsterminal gleich am Anfang des Sektors, um weitere Anweisungen zu erhalten. Wer immer den X-Parasiten Zugang zu den Anlagen verschafft hat, steht vermutlich auch im Zusammenhang mit der Explosion. Okay, na kommt. Dem gehen wir auf den Grund. Boah, jeepack. Voll weggeblastet, gepustet, ge... Oh, wir können gleich mal safen. Speichern. Voll abgespeichert, ey. So geiles Spiel, ey. Ich finde das Spiel einfach so geil. So, oben konnten wir nicht lang. Da ging's nicht weiter, weil wir da die grünen Schleusen erst entriegeln müssen. Hier ist das Navigationsterminal. Das brauchen wir aber gerade nicht so wirklich so. Was ist hier drin? Oh, oh. Vollkommener Eisraum. Der fügt uns Schaden zu, weil wir noch nicht so kälteresistent sind. Was ist hier? Ein Missile-Container. Yay. Cool. So. Wusch, wusch, wusch. So, okay. Äh, Karte. Ja, dann müssen wir wohl hier oben lang. So, komm, wir stimmen gleich neue Gegner, oder? Okay, nehmen wir den Aufzug. Ach, du Scheiße. Das. Scheiße, wer ist denn das? Ach, du Scheiße. Oh Gott. Das Ding war gruselig. Und das sah aus wie wir. Also, wie wir, bloß mit unserem kompletten Anzug. Komisch. Ob da einer von den guten war? Sektor 1, SRX. Okay, dann mal. Komm, Navi, erzähl uns was. Navigationsterminal. Daten werden geladen. Karte wird angezeigt. Der Hauptaufzug, der zur Zugangsebene führt, wurde schwer beschädigt. Bedauerlicherweise wird er für einige Zeit komplett ausfallen. Es scheint das Werk eines unbekannten Agenten zu sein. Offensichtlich verwirkte über enorme Kräfte. Das kann kein Mensch sein. Ich werde Sie informieren, wenn ich neue Informationen habe. Doch genug dazu. Hören Sie genau zu. Die X haben im Sektor 1 die Klimastabilisatoren infiltriert. Offensichtlich wollen Sie die Umgebung Ihren Bedürfnissen anpassen. Sie beginnen bereits mit der Fähre von mehreren Vermehrung. So haben Sie alle fünf Klimastabilisatoren, um sie aufzuhalten. Sind die Einweisungen klar? Ausgezeichnet machen Sie sich auf den Weg. Okay, wir müssen die Klimastabilisatoren reaktivieren. Dann haben wir kurz gespeichert. Voll abgespeichert. Okay, dann kann es weitergehen. So, nochmal regenerieren. Thank you. So, weiter geht's. Voll Agenten-mäßig hier. Oh Gott. Weitere X-Parasiten. Oh Gott. Hier ist noch einer. Eine blaue Schleuse. Da können wir noch nicht lang. Was ist da oben? Da oben ist, glaube ich, da auch noch was, oder? Eine grüne Schleuse war natürlich klar. Okay. Dann geht's hier weiter. Oh, iiih. Irgendwelche ekligen Viecher. Oh, große eklige Viecher. Scheiße, was wollen die denn von uns? Ah, komm. Du brauchst uns gar nicht mehr ankommen hier. Oh, das. Das sieht ja mal nach einer Umgebung aus. Und anscheinend spielt der Klimastabilisator hier verrückt. Da ist er. Iiih. Irgendein X-Parasit hat ihn angefallen. Komm, den machen wir fertig. Klimastabilisator in Betrieb. Vier Einheiten weiter in Defekt. Thank you. Na, komm her. Nee, egal. So, einen hätten wir geschafft. Oh, iiih. Kröten. Kröten. Ich hase Kröten. Iiih. Oh, hallo. Machst du mich mal nicht so fertig? Danke. Okay. Was ist das jetzt hier? Ah, okay. Wir können den Morphball rein. Energietanke halten. Hm. Danke. So. Weiter geht's. Hm. Okay. Oben oder unten? Wir gehen mal nach, äh... Wir gehen mal nach rechts. Das scheint eine Sackgasse zu sein. Oh, ein weiter Klimastabilisator. Oh, übelst wiesenversteckter Durchgang. Kröten. Kröten. Geht's hier jetzt ja. Da ist ein weiterer X-Parasit. Her damit. Okay. Oh, duschen wieder, ey. Kröten. So, und hier oben. Ah, hier geht's weiter. Oh, iiih. Eine fette Kröte drüber. Voll fies, ey. So. Oh, fies. Fies. Das sind solche Blackguard. Wenn man die betritt, fällt man durch. Die können hilfreich sein, sind aber meistens eher nervig. Klimastabilisator mit Rebtreibereinheiten weiter in den Defekt. Okay. Ja, die befreuen wir auch noch. So. Ah, das Spiel ist so geil, ey. Die ganze Atmosphäre und so halt. Höchst cool. Iiiih. Was bist denn du? Kannst gleich sterben gehen. Wow. Das ist doch so eine Mini-Ablehnung von dem Monster, das wir vorhin besiegt haben. Okay. Wo sind wir jetzt? Oh, iiih. Scheiße. Das sind Weltraumpiraten. So viele habe ich mich auch informiert. Was ist das jetzt hier? Lava. In die können wir auch noch nicht reinspringen, weil wir eben noch sehr temperaturenfindlich sind. Wir können uns aber oben langhangeln und uns einen Missile-Container holen. Okay. Jetzt ganz vorsichtig, Samus. Nicht runterfallen. Okay, dann müssen wir später lang. Oh, du schon wieder, ey. Komm, stirb. Oh, iiiih, ey. Die hängen ja überall hier. Komm, wir gehen lieber. Oh, oder was ist hier noch? Ist hier noch irgendwas? Ne, gut. Ja, sein können. Komm, dich, nimm mal mit. Egal. So, was ist jetzt hier? Wasser. Okay, den mache ich fertig. Brrrr. So. Im Wasser sind wir noch ziemlich langsam. Das hebt sich später natürlich auch auf, aber es ist schon... Okay, voll runtergefallen. Fail. Oh, das ist noch ein Klimastabilisator.